Einen guten Tag meine Damen und Herren. Die Mechanik ist eine klassische Disziplin der Ingenieurwissenschaften. Eine moderne Teildisziplin ist die Biomechanik. Die Mechanik menschlicher Gehirne ist das Forschungsthema von Frau Silvia Budai. Sie entwickelt in ihren Arbeiten einen Ansatz zur kontinuumsmechanischen Modellierung des Gehirngewebes und verbindet diese Modellierung mit experimentellen Untersuchungen. Insbesondere interessiert sie, wie Gehirnstruktur und Gehirnfunktion zusammenhängen. Ihre Arbeitshypothese lautet, dass funktionelle Änderungen des im Gehirn ausgelöst, beispielsweise durch Wachstum, Alterung oder Krankheit, sich auf die mechanischen Eigenschaften des Gehirngewebes auswirken und mit diesen korreliert werden können. Um die experimentellen Arbeiten mit der mathematischen Modellierung, die auch medizinische bzw. physiologische Aspekte beinhaltet, eng zu verbinden, hat sie ein internationales Netzwerk aufgebaut. Es umfasst die Technische Universität Graz, die Stanford University, die Notre-Dame University sowie die Purdue University. Im vergangenen Jahr bezog sie in ihre Arbeiten auch die Veränderungen ein, die eine Covid-19-Infektion auslösen. Neben den biomechanischen Arbeiten erweiterte sie zuletzt ihr Arbeitsgebiet um weitere Stoffe, wie beispielsweise Hydrogele. Eine der Herausforderungen, die dabei zu meistern sind, ist die kontinuumsmechanische Modellierung des sehr nachgiebigen Hirngewebes und seiner Deformationen mittels sogenannter finiter Elemente. Die Bedeutung der Forschung von Frau Dr. Budai ist vielfältig. Einerseits verspricht sie neue Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen zellulärem Aufbau und mechanischen Eigenschaften des Gehirns. Außerdem können andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die entstehenden Daten zur Entwicklung weiterer Modelle nutzen. Zudem ist zu hoffen, dass die Erkenntnisse über das mechanische Verhalten und seine Veränderungen bessere und neue diagnostische Techniken ermöglichen. Zum Werdegang von Silvia Budai. Nach ihrem Maschinenbaustudium am KIT promovierte sie von 2013 bis 2017 an der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Anschluss an eine zweijährige Postdoc-Zeit wurde sie Nachwuchsgruppenleiterin im MNÖTER-Programm der DFG. In ihren über 20 teilweise viel beachteten Veröffentlichungen in den wichtigsten internationalen Zeitschriften des Fachgebiets präsentierte Frau Dr. Budai exzellente Experimente, gekoppelt mit deren anspruchsvoller Auswertung und der nicht linearen kontinuumsmechanischen Beschreibung. Hierbei beeindruckte ihr tiefes Verständnis der Kopplung von Mechanik und der Analyse biologischer Zusammenhänge. Ich möchte hier den sehr beachteten Übersichtsartikel 50 Shades of Brain – A Review on the Mechanical Testing and Modelling of Brain Tissue herausheben, den Frau Dr. Budai als Erstautorin verfasste. Die Anerkennung, die Frau Dr. Budai erfährt, bestätigt die jüngst erfolgte Einbindung in das Programmkomitee eines DFG-Schwerpunktprogrammes eindrucksvoll. Die besondere Würdigung ihrer Arbeiten zeigen eine Vielzahl von Preisen und nicht zuletzt die Aufnahme in das Eminöter-Programm der DFG. Frau Dr. Budai ist mit ihrem hohen Enthusiasmus und ihrem exzellenten Verständnis eine würdige Preisträgerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2021. Es steht zu erwarten, dass ihr Wirken weit über das Fachgebiet der Biomechanik hinaus Beachtung finden wird. Wir wünschen ihr für den weiteren Weg alles Gute und gratulieren herzlich zum Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2021.